Hallo Leute, es ist Jun hier und willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3. Beim letzten Mal haben wir uns nochmal ein bisschen mit Iva unterhalten, haben C3 bekommen und haben auch unsere Sushi-Noku zurückgeholt. Und jetzt geht's erneut in Richtung Gros... ja, Grosny... Grosnygrad, um den Shagor zu zerstören. Mal sehen, wie gut das heute funktioniert, ja? Schauen wir mal. Ah, die Katze finde ich eigentlich auch von der Qualität ziemlich cool. Na gut, schauen wir mal. Oh, es ist helligster Tag. Boah, ist das übertrieben. Na, erstmal das Ding hier weg. Hopp. Na gut, dass ich schon die richtige Tarnung angezogen habe. Und ordentlich wieder zumachen. Alles klar. Oh shit. Ja, dreimal könnt ihr raten. Jo, ganz genau. Gibt's gar nicht, oder? Natürlich landet er, oder parkt er genau auf dem Ding. Du Arsch. Na, verpiss dich. Nun denn. Wir müssen also zurück ins Waffenlabor. Sollte eigentlich keine zu große Schwierigkeit darstellen, aber mal schauen. Mal schauen. Die Verhältnisse sind ein bisschen anders am Tag. Ich glaube, es gibt halt auch keine Scheinwerfer, weil er ein bisschen unsinnig, weil es ja hell genug ist. Allerdings müsste es hier jetzt mehr Soldaten geben, die hier rumlaufen in den Gebieten. Oder zumindest sind sie mehr gebündelt. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So. Im Übrigen, habe ich eigentlich erzählt, dass ich einen gehörigen Muskelkater in den Armen habe? Das habe ich einem Freund von mir zu verdanken, der mir quasi gesagt hat, Hey, tu doch endlich mal was für deinen Körper und komm mit zu Fitness. Ja, von Vorteil war das für mich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, es war an sich ganz ordentlich, aber meine Arme, ey. Aber gut, die sehen mich nicht bei 70% Tarnung. Geht eigentlich ganz ordentlich. Man könnte die Leute auch abschießen, aber ich sage mir, warum Leute abschießen, wenn es auch anders geht. Genauso kam ja letztens, hat mich in Skype mal wieder, ich habe ein bisschen mit der CLP-Sonne geskypt, falls ihr den noch kennt. CLP-Sonne, jajaja. Ja, auf jeden Fall, der hat mich halt auch gefragt, ja, mir kommt es so vor, als ob du selten Gegner greifst. Ich sage mal, hin und wieder mache ich das schon, aber das Ding ist halt, es hemmt quasi die, oder es drückt einfach die Spielgeschwindigkeit nach unten. Es dauert dann einfach so viel länger, weil, ich sage mal, hin und wieder mache ich es gerne, zum Beispiel am Berg oder ohne Waffen oder hier und da habe ich es halt schon gemacht. Aber generell, wow, 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 wow. Ja, bei dem können wir es eigentlich machen. Ja, so ein gutes Beispiel. Also hin und wieder mache ich es dann schon. So, und hast du was Geschehenes zu sagen, oder? Ja, weil ich dich töten will und jetzt erzähl mir was. Letzte Chance. So. Mal auf eine andere Art getötet, wenn man immer wieder leicht kreisdrückt, ohne es zu doll durchzudrücken. Ja, dann macht ihr es wie in den alten Metal Gears mit dem Genickbrecher. So, da ist nichts. Schauen wir mal da drüben. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich will nicht zu schnell laufen. Wir, wir haben heute Zeit mitgebracht, denke ich. Heute können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Ja, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht. Früher war ich eigentlich ziemlich fit, was das alles anging. Da habe ich auch mehr für meinen Körper getan, aber jetzt schon seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr. Was ich selber auch, ja schon, ähm, bereue in gewisser Hinsicht. Aber, ja, die Motivation für sowas zu finden, ist immer so die Sache, ne? Ich denke mal, Leute, die sowas machen, die können das eventuell nachvollziehen. Also, es gibt garantiert auch Typen, die, die immer total heiß drauf sind, ja, sowas zu machen, ne? Die immer sagen, ja, komm, Fitness, Alter, yeah! Aber zu denen gehöre ich nicht unbedingt. Ich bin dann eher der, der sagt, oh, wirklich. Aber gut. Tür auf. Weiter geht's. Ich glaube nämlich hier müssen wir lang, oder? Oder liege ich jetzt falsch? Eigentlich müsste das hier drüben gewesen sein. Hm. Schauen wir mal. Yo. Ah ja, da sind die Deppen. Ich hoffe nur, die sehen mich nicht, aber... Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Gehen wir mal da lang, schnell weiter. Wer hat mich jetzt gesehen? Hat mich einer gesehen? Hat mich? Ich würde kurz warten, aber... Ne. Achso, ja, die Typen schreien nur rum. Vielleicht schreien die diesen einen die ganze Zeit an, der immer sagt, move oder so. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen komisch, die Stelle, die Typen scheinen da irgendwie zu trainieren oder so. Für einen Ernstfall, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich ignoriere die einfach und gehe weiter. Ja, ja, Mistkerl. Ich denke mal, die reden den einen Typen an. Der schießt doch immer in die Luft und so einen Spaß. Also der ist irgendwie ganz gut drauf. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Hauptsache es sieht mich keiner. Da vorne ist noch einer. Ja, ja, schneller. Von mir aus. Auf jeden Fall, die haben hier ihren Spaß. Aber wissen die Leute sonst eigentlich, dass ich wiedergekommen bin? Eigentlich nicht, oder? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber gut, Ivar hat also auch zu tun mit ihrer Brücke da. Den C3-Sprengstoff zu legen. Moment, gehen wir mal kurz hier drunter. Während wir halt gleichzeitig den Shagorot außer Gefecht setzen sollen. Na komm her. Bämms. Ja. Ich schieße auch viele Leute aus Distanz ab, ha? Aber ich sag mal, es macht das Leben einfach so viel leichter. Oh, und ich muss immer noch sagen, ich vermisse so sehr diese Map hier von Metal Gear Online. Nein, das hat immer so viel Fun gemacht hier. Aber gut. Rein ins Waffenlabor. Ostflüge. Hier können wir uns, wie gesagt, nicht mehr als Wissenschaftler tarnen, weil die Wissenschaftsleute nicht da sind. Niemand. Lass mich in Ruhe. So. Vorsichtig. Ups. Da stand einer. Ich will eigentlich ganz vorsichtig nur weiter... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm her. Hast du davon. Yeah. Brauche ich nicht. Ich war schon drin. Was hast du noch? Letzte Chance. Mein Gott. Tschüss. Da wir eh schon bei der Stelle von The Soul vorbei sind, kann ich eh so viele töten, wie ich will. Aber ich würde hier nur gerne ein bisschen verstecken. Komm mal her. Komm mal mit, mein Freundchen. Ich hoffe nur, da kommt jetzt keiner von der Seite. Das wäre jetzt sehr unvorteilhaft. Fuck. Oh gut, der läuft in die andere Richtung. Hahaha. Gut, gut. Na dann rein hier. So. Hier kannst du über deine Taten nachdenken. Ja, scheiße, ne? Man könnte die Blutspur ein bisschen sehen. So, weiter. Moment, den könnten wir auch noch schnell außer Gefecht setzen. Fuck. Mann, weil ich daneben geschossen hab. Mann. 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 Ja gut. Dann, dann lauf ich durch. Mensch, Mensch, Mensch. Da hab ich es erstens so stylisch gemacht. Du bist ja doch da. Eigentlich sollten doch heute gar keine Wissenschaftler da sein. Aber man kann sich trotzdem nicht tarnen. Vielleicht liegt es dann daran, dass man Augen klappert. Und übrigens, selbst wenn ihr die Riden-Maske aufsetzt, dann ist ein Auge davon immer geschlossen. Also ich denke mal, das wird damit zusammenhängen, dass das nicht so wirklich klappt. Aber Moment. Es gibt hier noch einen Tarnanzug. Geht also noch nicht weiter. Und zwar diesen hier. Uniform-Schleichanzug. Den solltet ihr noch mitnehmen, wenn ihr, wie gesagt, alle haben wollt. Deswegen hab ich den noch schnell gekrapscht. Schleichanzug. Ob der eine besondere Fähigkeit hat, weiß ich nicht. Der ist ziemlich dunkel. Und der ersetzt quasi wahrscheinlich den schwarzen Anzug oder sowas. Aber brauchen tut man ihn eigentlich nicht. Außer halt, ihr wollt alle haben. Ach, du lebst ja auch noch. Ja, der Schagahod ist in hier. Der Schagahod ist in der Mitte. Und das ist ein Schagahod. Und das ist ein Schagahod. Das ist ein Schagahod. Der Schagahod. Der Schagahod. Der Schagahod. Der Schagahod. Der Schagahod. Das klingt aber sehr vernünftig. Alles klar. Das klingt eigentlich gar nicht so schwer. Willst du mich verarschen? Ich bin ein Schritt drin. So. Gut. Aber, Leute. Wir machen das Ganze beim nächsten Mal in Let's Play Metal Gear Solid 3. Ich sage bis dahin und bis dahin.